Schönen guten Tag meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie hören und sehen den ING Markets Chart Flash für Donnerstag, den 11. August. Mein Name ist Donald Giert, ich bin Analyst bei Börse Daily. Auf den ersten Blick könnte man meinen, der DAX ist heute ganz ruhig unterwegs. Aber das täuscht und deswegen ist er auch wieder unser Thema, denn den müssen wir jetzt im Auge behalten. Ja, wenn wir uns den Tageschart so anschauen, dann sagen wir, gut, ist ja immer noch relativ ruhig. Und vor allem, es ist Bullish, ein Plus von fast 70 Punkten über die 10.700 in Richtung der nächsten Stilmarke bei 10.860 Zählern. Also alles ganz normal. Und die Umsätze, gut, die sind am Anfang immer noch ein bisschen mickrig. Wir haben allerdings mittlerweile wieder die überkaufte Zone beim RSI erreicht. Das passiert nicht alle Nase lang. Sie sehen, überkauft war der das letzte Mal Ende November, Anfang Dezember, naja, nicht mal ganz erreicht hat er die 70er Marke, die er jetzt in der Tat erreicht hat. Und damals ging es erst mal abwärts. Vorsicht ist also geboten. Nur, es ist doch so ruhig, oder nicht? Nein, ist es nicht. Und deswegen haben wir ihn ja im Fokus, den DAX. Das hier ist ja der Tageschart. Der zeigt nicht alles, was allerdings im 5-Minuten-Chart des DAX Future ganz anders aussieht. Das hier, der 10. war also der Mittwoch bis hierhin. Das war eine ziemlich müde Sitzung. Man versuchte kurz nach Handelsbeginn des regulären Handels mal den Ausbruch nach oben, wurde abgewiesen. Und dann schaukelte sich die Schose mit einem kleinen Minus in den Feierabend. Aber heute Morgen ging es richtig zur Sache. Man versuchte den Ausbruch, zack, mit einer ordentlichen kleinen Kurslücke nach oben. Und dann ging es immerhin bis auf 10.000, fast 740 Punkte nach oben. Noch vor Beginn des regulären Handels hier um 9 Uhr. Das war hier ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Und dann gab es erstmal Gewinnmitnahmen. Und zwar kräftig. Das heißt, die ganze Rallye, die man im Future vor Xetra-Handelsbeginn um 9 gestartet hatte, war kurz nach Beginn eben dieses regulären Handels wieder flöten. Und das war immerhin eine Handelsspanne von über 100 Punkten innerhalb ganz kurzer Zeit. Um 9.30 wurde dann das vorläufige Tief erreicht. Also anderthalb Stunden nach Beginn des Futures-Handels und seitdem robbt man sich wieder nach oben. Aussage, die Gewinnmitnahmen haben zumindest mal jetzt für den Moment abgefangen werden können. Bärische Versuche, Attacken hier dagegen zu halten, konnten gestoppt werden. Jetzt stellt sich die Frage, ob die bullische Seite imstande ist, daraus nun neuen Schwung zu nehmen, um in Richtung des nächsten Widerstands bei 10.860 Punkten zu laufen oder eben nicht. Das wird auch von der Wall Street abhängen. Die hat nach wie vor nicht mitgezogen. Weder am Dienstag noch am Mittwoch. Stellt sich also die Frage, ob es heute gelingt. Und wie tragfähig das Ganze ist. Denn das wird auch davon abhängen, wie es morgen früh in den Handel losgeht. Morgen am Freitag. Da gibt es zwar keine weltbewegenden US-Daten, wie es sie letzte Woche in Form der Arbeitsmarktdaten gab. Aber es kommen Daten aus China. Einzelhandelsumsatz, Industrieproduktion, Investitionsausgaben für den Juli. Das sind wichtige Daten. Und die können nicht nur den chinesischen, sondern eben auch den gesamten Aktienmarkt deutlich mit beeinflussen. Je nachdem, ob sie gut oder schlecht ausfallen. Das ist quasi eine Wildcard. Denn die kommen am frühen Morgen und sind dementsprechend, ja, eigentlich als Vorlage dann eben schon da, wenn man um neun in den regulären Handel startet. Und das kann eben schon zu einer Kurslücke nach oben oder unten führen. So ganz in Stein gemeißelt ist die ganze Geschichte also nicht. Zumal, und den nehmen wir wieder mal auf den Schirm, den können wir nicht außer Acht lassen, der Eurostox 50 immer noch nicht an seiner 200-Tage-Linie vorbeigekommen ist. Für den DAX ja eine Geschichte, die quasi Geschichte ist. Nämlich, der hat eben diese 200-Tage-Linie bei 10.080 Punkten ja unlängst verteidigt und ist seitdem deutlich nach oben gelaufen. Der Eurostox 50 nicht. Der hängt ja schon seit einiger Zeit hinterher. Und nun, jetzt geht es um diesen Widerstand bei 3.052 Punkten. Wir haben im Hoch 3.040 erreicht. Ist also nur noch ein Katzensprung bis zu dieser Marke. Dann allerdings stellt sich die Frage, ob der Eurostox 50 daran vorbeikommt. Und knapp darüber, hier bei 3.058, befindet sich das relativ markante Zwischenhoch vom Juno. Auch das wäre ein Widerstand. Diese Zone also wird spannend. Wenn allerdings der Eurostox 50 da durchkommen sollte, dann wäre durchaus Luft in Richtung ungefähr von 3.151 Punkten. Und das würde den DAX natürlich deutlich ziehen können. Auch hier also eine außerordentlich spannende Situation. Long-Positionen genauso wie beim DAX wären haltenswert. Allerdings mit sinnvoll gelegten Stop-Loss und nicht zu großem Kapitaleinsatz. Stop-Loss beim DAX 10.440, wie heute Morgen schon erwähnt. Und beim Eurostox 50 bleibt es im Augenblick noch bei 2.960 Punkten. Erst wenn diese 2 in der Tagelinie genommen würde, könnte man den Stop-Loss von dieser Zone hier und damit knapp unterhalb der 20-Tage-Linie ein gutes Stück nach oben nehmen. Die anderen Assets sind im Augenblick relativ friedlich. Der EUR-Dollar-Kurs kommt wieder etwas zurück. Allerdings ist nach wie vor offen, was daraus werden soll. Das ist schon ein nervtötendes Seitwärtsgeschaukel. Eigentlich ja schon seit März 2015. Und diese Schwanken um die 20- und 200-Tage-Linie und um die Zone 1.10.30.1.11, in der beide Linien momentan gefangen sind, das ist letzten Endes keine klare Vorgabe. Weder für die Exporteure aus den USA, für die ein schwacher Dollar erfreulich wäre, noch für die Europäer, für die ein schwacher Euro. Ein Vorteil darstellen würde. Und Gold? Naja, da tut sich ebenso im Moment wenig. Der Versuch, sich nach oben abzusetzen, nachdem es gelungen war, die 20-Tage-Linie zu verteidigen und der Versuch, damit auch die Anfang Juni etablierte Aufwärts-Tand-Linie zurückzuobern, wurde am gestrigen Mittwoch erst einmal abgefangen. Ein Plus blieb es, aber dieser kräftige Anstieg ist erstmal Geschichte. Und jetzt hängt man mal wieder fest zwischen Baum und Borke, zwischen 20-Tage-Linie und eben dieser Aufwärts-Tand-Linie. Warten wir es mal ab, wie sich das da dann entscheidet, wie sich das entwickelt. Denn letzten Endes ist natürlich der sogenannte sichere Hafengold, ebenso wie der Anleihmarkt, ein interessantes Zeichen dafür. Ob man mittlerweile wirklich die Nerven wieder hat, am Aktienmarkt ansteigende Kurse zu glauben, dann würden eben diese sicheren Häfen tendenziell schwächer werden. Noch haben wir da keine klare Vorgabe, aber das wird ebenfalls eine spannende Geschichte werden, für die kommenden Tage. Schauen Sie also wieder rein. Wir schauen morgen früh auf den gesamten heutigen Handel, inklusive Wall Street, in der nächsten Ausgabe des Morning Call und der Morning Mail. Und der nächste ING Markets Chartflash kommt wie gewohnt auch morgen Mittag um 1. Bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.